Oh, und wenn das Krümelmonster anruft, sag ihm, ich rede erst wieder mit ihm, wenn es aus der Entzugsklinik raus ist. Matratzenprüfung. Was ist das? Keine Ahnung. Was soll das bedeuten, keine Ahnung? Ich hab keine Ahnung, wo die herkommen. Ich glaub, du weißt genau, wo die herkommen. Nein, 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 der Derek war vorher hier. Er hat das Bett gemacht und hat dabei die Kekse. Ich war auf dem Klo. Ihr seid doch Faschisten, Mann! Ihr seid scheiß Faschisten! Schuss, 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 schuss.